Ein Fisch erspiesst ein Würmchen auf in einer dunklen, kalten Nacht. Am schönen Flüssli Du wirft er sein Ruten aus und hofft. Da gehört er plötzlich über sich ein Flattern in der Luft. Ein Schwarm von schwarzen Enten stechen gerade aufs Wasser runter. Yippie ajo, yippie aje, geh ich da ran da, ufem du. Ooh, what tobacco do you chew? It's from Florida. Florida? Yeah, it's from Florida. Big state Florida. Yeah, Florida is a huge state. Lots of swamps in Florida. Yeah, there are swamps in Florida, that's right. Ah, this is Ursula Andres, bringing the first James Bond girl, bringing a Christmas tree. Yes, yes, yes. She is from Ostermundigen, like Michelle Hunziker. Michelle Hunziker is also from Ostermundigen. Most beautiful women are from Ostermundigen. Wir sehen im Prinzip, ja, im Zentrum ist ein grosses Segel, mit der Walliser Fahne dargestellt. Wir sehen vier rote Sterne auf weissem Grund. Wir sehen vier weisse Sterne auf rotem Grund. und wir sehen eins, zwei, drei, es wären vier und fünfe, verdeckt vom komischen Viech, fünfe rotweisse Sterne auf rotweissem Hintergrund. Und was... Das ist ja auch super interessant. Gell? Es stellt ja die 13 Bezirka vom Wallis dar. Ah ja. Ja. Ja, super cool. Weisst du eigentlich, wie man in Schweden den Teigwaren sagt? Ja, wahrscheinlich Pasta. Ja, genau, Pasta. Du truner von meinem, vom Kulsturadar, do ärret dinamde geverjurden. Ja, vet, ach, du ärr, och du blir, wat du war. Ja, jag vill Eva, jag vill dö i nurden. Ja, jag vill Eva, jag vill dö i nurden. Merci, Schredo. Hallo. Is this your snake? Yes. How much? Three dollars. Okay. Comes it with the basket. No, basket is separate. How much? Five dollars for the basket. Is it a good basket? Yes. From Switzerland. Very good quality. That's nice. What is it? Plastic and strong. No, I mean the snake. Ah, the snake. Yes, the snake. It's a cobra. Very strong. From India. Good quality. It's a good quality snake. And how much for the flute? What? For the flute. Two dollars fifty cents. Absolut richtig, Herr Gietzelamme. Ihr hattet recht, Herr Gietzelamme. Ihr hattet recht. So, wie das hier ist. Ja, in Indonesien. In Indonesien? Ja, drei Wochen lang. So, was ist der noch genannt? Ja, ich und meine drei Hände in Indonesien gesehen. So, ist mit den Armen in Indonesien? Ja, mit dem Ivar, mit dem Ivan und mit der Ines in Indonesien. Drei Wochen in Indonesien. Sind das die Hände? Nein, das sind nicht meine Hände, aber das sind gute Hände. Die Hände sind so dominant. Die sind schön, aber schön, aber schön. Wir sind in Indonesien am Strand gesehen. Dann können wir die Hände. Die Hände? Die Hände! Vielen Dank. Vielen Dank.